hallo liebe leute herzlich willkommen ich bin der sebastian und das ist mein microsoft light 2020 kanal ich bin zurück ja mit diesem video in eigener sache wollte ich mich mal wieder zurückmelden nach 160 tagen ohne content es ist ein wunder geschehen das topgar maverick update hat mehrere crash-to-desktop fehler eliminiert ich weiß nicht warum ich weiß nicht wieso aber ich bin mega glücklich euch wieder endlich content präsentiert zu können und ihr seht ich sitze hier schön gemütlich bei 20.000 fuß haben wir jetzt gerade und ja 620 ktas also knapp etwas über mehr als schallgeschwindigkeit haben die schon durchbrochen hier in dieser schönen f18 super hornet die ihr ja durch das kostenlose maverick update bekommen habt ja ich freue mich mega euch wieder begrüßen zu dürfen und wollte an dieser stelle auch mega fettes danke an alle meine treuen abonnenten raus schicken ich hatte schon damit gerechnet dass viele abspringen werden vielleicht weil kaum content kommt weil es ist ja normal bei youtube wenn kein content ständig folgt dann kann es passieren dass man halt abonnenten verliert aber nicht in eurem fall ich bedanke mich ganz herzlich bei allen die mir treu geblieben sind die mir auch geschrieben haben ein super herzlicher schriftliche austausch via e mail und anderen anderen plattformen finde ich super und auch viele hilfestellungen dann auch natürlich nachrichten von leuten ah der tipp hat funktioniert bei mir ist cashless doch weg und dies und das fettes dankeschön auch für euren support für diejenigen die versuchten mir zu helfen und ich habe mich gefreut wenn es hieß ja dann deine betitelung bzw ja deine hilfestellung hat mir geholfen fand ich mega geil und ja das ist eine sehr besondere community deswegen freue ich mich mega auch wieder für euch videos zu machen ich will die möglichkeit auch nutzen noch mal einen neuen abonnenten von mir ganz herzlich zu danken ich hätte nicht gedacht dass tatsächlich noch so viele leute noch mich noch mal abonnieren das zeigt mir dass ich meine meine sache richtig gut oder gut mache und ja freue mich mega dass da doch noch einige leute dazugekommen sind fettes dankeschön an euch und jetzt noch mal einen großen rundum schlag an alle abonnenten und zuschauern natürlich auch mega fettes dankeschön und das motiviert mich natürlich auch weitere weitere videos für euch zu machen ich habe gerade hier so leichte turbulenzen versuche ich gerade mal dezent auszugleichen motiviert mich natürlich für weitere projekte und es stehen auch einige an ist doch schon ein paar fertig ihr könnt gespannt sein was jetzt demnächst wieder kommt und ja mega fettes dankeschön ich freue mich mega mäßig und jedes mal wenn ich bei mir in den creator modus guckt habe bei youtube habe ich mich immer gefreut dass noch so viele leute da sind und auch kommunikation über die kommentare kommunikation über e mail alles top ich habe super leute kennengelernt fettes dankeschön an alle da draußen ich freue mich mega wahnsinnig freue mich wirklich wie ein schnitzel mega mäßig also fettes dankeschön an alle fettes dankeschön auch alle die neu dazugekommen sind trotz des kein content mehr da da war über länger zeit crash hat sich erledigt für mich jeden fall zurzeit toi 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 daumen drücken alles supi woran der fehler lag weiß ich nicht kann ich euch leider nicht sagen weil gesagt nach diesem update hat es auf einmal funktioniert ich musste zwar ein paar mods rausschmeißen und ein paar mods flugzeuge die allerdings sind nicht kompatibel mit der version waren das hat sich aber in dem sinne herauskristallisiert dass das man bereits im ladebildschirm abgestürzt ist im abgesicherten modus hat alles funktioniert und sobald ich dann wieder den oder auch im leeren community ordner hat funktioniert und habe ich sofort und habe ich dann alle mods wieder eingeschoben die ich hatte das war glaube ich 150 mods oder so ist total abkrepiert das sind im ladebildschirm zu einer neuen zu einem neuen flug abgestürzt da musste ich halt alles raus friemeln und habe dann letztendlich herausgefunden dass sowohl die high performance group helikopter da wohl noch nicht auf dem neuesten stand sind nicht so ganz mit dem mit dem letzten update funktionierten die musste ich rausnehmen und dann noch einige mod flugzeuge die ebenfalls irgendwo da einen fehler hatten die mussten leider alle dran glauben gott sei dank meine gekauften flugzeuge haben alle funktioniert nicht nur die aus dem shop sondern auch von drittanbietern war alles tuti hat alles funktioniert und auch viele szenerien und airports also runtergeladene airports aus der mod community haben auch funktioniert auch selbst die libraries haben funktioniert also die objekte die herunterladen könnte der library zum beispiel sonst bekannt der bekanntesten es gibt damit ganz viele ja die haben auch sogar funktioniert also da war kein problem es waren einzig einzelne flugzeuge die halt die nicht funktioniert hatten die ich installiert hatte wie gesagt jetzt keine probleme mehr ich kann aufnehmen solange ich will soweit es funktioniert alles tuti ja ich würde sagen das war es auch schon von mir es sollte relativ kurz gehalten sein es bleibt mein angebot wie immer flugwünsche schreibt es einfach in die kommentare ich werde es mir aufschreiben und das natürlich nachliefern sonst ja sonstige anregungen kritiken wie immer alles in die kommentare ich werde mir das durchlesen und natürlich auch zu herzen nehmen beziehungsweise notieren und auch verbessern ja sonst bleibt mir sozusagen nochmal mega fettes dankeschön alle abonnenten und alle alle zuschauer natürlich an alle interessenten die sich meine videos angucken meinetwegen auch komplett ja es ist ja auch super cool im heutigen zeitalter wo man die sprung machen hatte man sich ja nicht mehr alle videos an aber ja und ich freue mich natürlich darüber dass ihr auch einige helfen konnte mit ein paar tipps und tricks natürlich sind einige veraltet mal gucken ob ich dann nochmal was neues auflege das werden wir dann sehen ja dann sag ich mal bleibt gesund passt auf euch auf herzlichen dank für euer interesse und ja ich werde mich jetzt von dann machen noch ein paar neue projekte fertig machen und sonst bleibt mir zu sagen bis demnächst 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 bis demnächst